ja und herzlich willkommen wie er sagt dass das schild und zwar wird es wahrscheinlich nicht lange sein moment ich muss nur kurz ein paar schön ich werde jetzt hier so spielen werde das ganze aufnehmen werde das aber schneiden so dass spannen und witzigen sehen sind das bedeutet ich werde mir zu den timer stellen auf eine halbe stunde dieser halb in diesen 30 minuten werde ich nichts anderes machen als diese map spielen wenn ich das video fertig habe werde ich das ganze schneiden damit das ganze witzig werden und das werde ich dann hochgeladen und man kann ja sagen aber okay das schadet heim ab jetzt okay der time ist geschadet ich also ich höre ich nicht mehr gewinnen wenn ich glaube jetzt es ist ein screen von dach zu dach springen aber ich habe schon fünf mal verreckt war jetzt mal doch nicht im game oder spiel dann so richtig brauche das heißt ich muss mehr machen ich glaube das ist ja sogar mehr oder nach links zu greifen ich meine ich habe bei jedem block kommt abrufen verblähert auch eine runde kann ich kann man die karte anschauen was kreifen was ich nicht gewöhnte bedankt wenn es nicht über die pfläche um recht die mit der mitte er oben rechts in der mitte genau bis ich das ist ja mal dinge ich war nicht f10 mal gucken oder fn und f